Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spaß im Glas. Heute mit einem Limonadenspezial mit meinen beiden Töchtern, Emily und Michelle. Wir wollen euch heute die Limonadenfirma Proviant aus Berlin vorstellen, mit sieben verschiedenen Sorten. Ich habe hier einmal die Orange-Limonade und einmal die Zitronen-Limonade. Ich habe Rababer-Limonade, Zitronen-Limonade und Ingwer. Ich habe die Apfelschirle, die Natur-Cola und die Natur-Cola mit Orange. Alle Produkte sind naturtrieb, vegan und aus kontrolliert biologischem Anbau. Und alle bei uns im Unternehmen erhältlich. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch noch einen wunderschönen Restsonntag. Ciao! Ciao! Vergesst nicht, euch unsere App herunterzuladen. Bei App Store und bei Play Store ganz einfach unter Getränkehandel mir nicht zu finden. Auf unserer aktuellen Seite können sie alle Highlights und Aktionen verfolgen. Genau. Also läutet euch die App herunter und seid mit uns stets verbunden. Tschüss! Tschüss! Schönen Sonntag noch! Schönen Sonntag noch! Schönen Sonntag noch! Ja! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020